Als Ostpolitik im engeren Sinne wird die im Rahmen des Ost-West-Konflikts auf Ausgleich mit der Sowjetunion und den osteuropäischen Staaten zielende Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, beginnend mit der Regierung Willy Brandt und Walter Scheel, zwischen 1969 und 1989 bezeichnet. Die neue Ostpolitik beschreibt insbesondere eine Verständigungspolitik und die damit verbundene Umsetzung des von Egon Bahr. Zwischen 1972 und 1974 Bundesminister für besondere Aufgaben unterbrannt, festgelegten politischen Prinzips des Wandels durch Annäherung für den Umgang der Bundesrepublik mit der Deutschen Demokratischen Republik und den osteuropäischen Nachbarstaaten. Sie bezeichnet die durch die Ost-Verträge schrittweise erfolgte Überwindung des Status quo der Politik beider deutscher Staaten bis zum Beginn des Zusammenbruchs der DDR im Jahre 1989. Vorgeschichte Nationalsozialismus Nationalsozialismus im nationalsozialistischen Deutschland hatte der Begriff Osten keine allgemeingültige Ausformulierung erhalten. Vielmehr wurde der Begriff offen gehalten für allerlei Assoziationen und Konnotationen und erhielt seine Definition immer erst im konkreten Kontext. Bezogen wurde der Begriff zumeist auf alle Gebiete des ehemaligen Zarenreichs, gelegentlich auch auf die osteuropäischen slawischen Gebiete, wobei die Begriffe Russland bzw. Großrussland oftmals synonym für diese Gebiete und Völkerschaften benutzt wurde. Insgesamt bestand in der nationalsozialistischen Ostpolitik ein Pluralismus von Konzeptionen. Andreas Zellhuber verwies auf eine von Klaus Hildebrandt durchgeführte Studie, in der er insgesamt vier größere außenpolitische Positionen innerhalb der NSDAP beschrieb. Erste das Konzept einer »Großen Ostlösung«, das von den »Wilhelminischen Imperialisten« um Franz von EPP, Jaimarschacht und Hermann Göring vertreten worden sei, zwei. Ein weiteres Konzept der »Revolutionären Sozialisten« des linken Parteiflügels um Josef Goebbels, Gregor Strasser und Otto Strasser, drei. Dann das Konzept der »Radikal-agrarischen Art« ermahnen um Heinrich Himmler und Walter Darre sowie vier. Das Programm von Adolf Hitler. Hildebrandt beschrieb die Rolle des NS-Chefideologen Alfred Rosenberg in diesem Zusammenhang als Hitlers Ideengeber. Rosenberg war von Beginn an einer der führenden außenpolitischen Theoretiker der NSDAP. Seine frühen Schriften, insbesondere die über eine angebliche Verzahnung von Judentum und Bolschewismus, machten ihn sehr schnell zu einem, wenn nicht dem Ostexperten der Bewegung. In den 1920er und 1930er Jahren hatten die Unterschiede in der Wahrnehmung des Ostens indessen noch kein politisches Gewicht. Das Ziel, das in Verbindung mit Vorstellungen von geometrischer Unendlichkeit eine gemeinsame Ostpolitik konstituierte, lag bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im utopisch-irrationalen. In ideologischer Hinsicht fand die Ostpolitik in der NS-Zeit allgemein auf der Grundlage von völkischen, antisemitischen, antibolschewistischen und rassistischen Denkweisen in Deutschland statt. Während des Zweiten Weltkriegs im Frühjahr 1940 arbeitete das Reichssicherheitshauptamt unter Mitarbeit von Konrad Mayer eine erste Fassung des Generalplan Ost aus, in dem nationalsozialistische Denkweisen ihre Präzisierung zu einem konkreten Szenario fanden. In den späteren Varianten des ersten Entwurfs wurde eine Politik der Germanisierung von Ost-Mitteleuropa und von Bevölkerungsverschiebungen in West- und Südeuropa konkretisiert. Im Zuge des Angriffs auf die Sowjetunion im Juni 1941 wurde in den besetzten Ostgebieten neben einer Militärverwaltung eine Zivilverwaltung eingerichtet, die unter der Schirmherrschaft von Alfred Rosenberg und dem von ihm geleiteten Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete stand. In enger Kooperation mit dem RMFDBU arbeiteten insbesondere das SHA, das Reichsministerium der Justiz, das Reichsinnenministerium und das Auswärtige Amt. Im April 1942 wurde der bis dahin vom SHA ausgearbeitete Generalplan Ost von Mitarbeitern des RMFDBU, insbesondere von Erhard Wetzel, einer kritischen Analyse unterworfen, wobei das darin formulierte Ziel der Kolonialisierung Ost-Mitteleuropas auf Wetzels vorbehaltlose Zustimmung stieß. Auf der Grundlage der Rassendoktrin sah der Generalplan Ost vor, dass der Anteil der städtischen Bevölkerung in den Kolonisationsgebieten erheblich reduziert werden soll. Vorrang sollte demgegenüber die landwirtschaftliche Besiedlung haben. Nach den Kriegsereignissen um Stalingrad erlärmte speziell das Interesse von Himmler an einer endgültigen Fassung des Generalplan Ost. Dennoch wurden die Arbeiten daran intensiv vorangetrieben. Parallel zur systematischen Vernichtungspolitik gegenüber jüdischen Menschen sowie insbesondere der slawischen Bevölkerung in Europa, wurden im Rahmen des Generalsiedlungsplans in einigen Gebieten Osteuropas versuchsweise Deutsche angesiedelt, ein Projekt, das aufgrund der Kriegsereignisse und Widerstände in der einheimischen Bevölkerung scheiterte. Mit dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus im Jahre 1945 und einschneidenden globalen Veränderungen in der internationalen Politik nahm die Biss. Dahin verfolgte Rassen- und Kolonialpolitik ein endgültiges Ende. Von den Alliierten wurde Deutschland 1945 in vier Besatzungszonen aufgeteilt, am 23. Mai 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet und am 7. Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik. Von diesem Zeitpunkt an war Deutschland zweigeteilt. In der Folge setzte ein historisch folgenreiches Spannungsverhältnis beider Staaten ein, das seitdem unter dem Begriff Ost-West-Konflikt beschrieben, analysiert und diskutiert wird. Beide Konfliktparteien warfen sich bis zur deutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990 gegenseitig das Verfolgen von falschen politischen Ideologien vor, wobei sich die Schärfe dieser Auseinandersetzung bis zur Wiedervereinigung erheblich reduzierte. Aus der westlichen Perspektive wurde bis dahin primär der gezielte Kampf gegen den Kommunismus und das damit verbundene Ideal einer Zentralverwaltungswirtschaft geführt. Und von östlicher Seite aus wurde insbesondere in Anlehnung an marxistische Theorien primär ein ideologischer Kampf gegen den Kapitalismus geführt. Auf dem Hintergrund dieser Entwicklung erforderte die Ostpolitik ein besonderes diplomatisches Geschick beider Konfliktparteien in Richtung einer gegenseitigen Annäherung. Mithilfe eines Bug-Channels wurde die direkte Kommunikation zwischen der Führung der Bundesrepublik und der Sowjetunion Ende der 1960er Jahre etabliert. Als einer der zahlreichen Konfliktpunkte stellte sich in den nachfolgenden Jahren beispielsweise der westdeutsche Anspruch der Bundesregierung heraus, Gesamtdeutschland allein zu vertreten. Dieser Anspruch fand indessen nur vorübergehend Beachtung. Die DDR als ein in Westdeutschland kritisierter und unter den Siegermächten umstrittener, aber dennoch existierender zweiter deutscher Staat wurde verstärkt von neutralen Ländern und von Staaten der dritten Welt diplomatisch anerkannt. Bereits unter der Regierung Konrad Adenauers änderten sich die spannungsreichen Vorzeichen der westdeutschen Ostpolitik in Richtung einer Verständigungspolitik. Im Jahre 1955 nahm die Bundesrepublik Deutschland erstmals diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion auf und schloss mit ihr 1958 ein. Wirtschafts- und Repatriierungsabkommen Eine Grundlage für das Gelingen derartiger Annäherungen bot auch der ideologische Wunsch des DDR-Regimes nach einer Wiedervereinigung der Arbeiterklasse. Wie sie beispielsweise Walter Ulbricht in seiner Rede Neues Deutschland vom 30. Dezember 1956 zum Ausdruck brachte. So sagte er. Erste es also nicht notwendig, dass im Interesse der Wiedervereinigung die Arbeiterklasse ganz Deutschlands gemeinsam den Kampf gegen den Militarismus und die Herrschaft der großen Monopol in Westdeutschland führt und zu diesem Zweck eine Verständigung zwischen den Arbeiterparteien und den Gewerkschaften ganz Deutschlands. Er folgt. Nachdem in Deutschland zwei Staaten mit verschiedenen gesellschaftlichen Systemen bestehen, ist es notwendig, zunächst eine Annäherung der beiden deutschen Staaten herbeizuführen, später eine Zwischenlösung in Form der Konföderation zu finden, bis es möglich ist, die Wiedervereinigung und wirklich demokratische Wahlen zur Nationalversammlung zu erreichen. Und Heinrich von Brentano, Bundesminister des Auswärtigen, sagte am 23. Januar 1958 vor dem Deutschen Bundestag, was soll eine Konföderation zwischen einer Demokratie und einer kommunistischen Diktatur? Schon wegen des inneren Widerspruchs der staatstragenden Ideen wäre eine solche Konföderation zur Aktionsunfähigkeit verurteilt. Die Bundesrepublik würde durch den Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages mit der sowjetischen Zone deren Eigenstaatlichkeit anerkennen, ohne konkrete Fortschritte oder auch nur Zusicherungen hinsichtlich der endgültigen Wiedervereinigung zu erlangen. Die vier Mächte wären aus ihrer Verantwortlichkeit für die Wiedervereinigung Deutschlands entlassen. Sie würde allein von der Zustimmung der auf die Aufrechterhaltung ihres Herrschaftssystems bedachten sowjetzonalen Machthaber abhängen. Diese Haltung der Sowjetunion verpflichtet uns umso mehr, die solidarische Unterstützung unserer Bündnispartner bei der Verfolgung des großen nationalen Zieles der Wiedervereinigung anzurufen, aber auch die Solidarität zu stärken. Gegen Ende der Adenauer Regierung setzten allerdings neue prägende Konflikte diesen anfänglichen Bemühungen. Zunächst ein jähes Ende. Zu diesen Konflikten gehörten vor allem die Berlin-Krise seit 1958, der Mauerbau von Seiten der DDR im Jahre 1961 und die Kuba-Krise von 1962. Gleichzeitig setzte bei den Supermächten ein globaler Bewusstseinsprozess hinsichtlich der Problematik der Atompolitik und der bereits in diesen Jahren erzielten atomaren Pazituation ein. Das führte seit 1962 wiederum zu einer Fortführung einer vorsichtigen Politik, der Kontaktaufnahme mit den osteuropäischen Staaten Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Polen, insbesondere durch die Errichtung von bundesdeutschen Handelsmissionen. Diese Staaten wurden deshalb als geeignete Verständigungspartner betrachtet, weil sie die politische Unabhängigkeit von der Sowjetunion anstrebten. Das Unternehmen scheiterte, weil die mit der DDR verbundene besondere Problematik in diesem Diskurs völlig ausgeklammert wurde, aber auch deshalb, weil die Kontakte mit Rücksicht auf die Halstein-Doktrin und starke Kräfte aus dem Kabinett Adenauer unterhalb der Ebene diplomatischer Beziehungen geblieben waren. Die Folge war eine Abwehrreaktion des gesamten Ostblocks. Neue Ostpolitik war die Politik des gegenseitigen Verständnisses in den 1960er Jahren weitgehend durch einen Mangel an Mobilität und Verständigungsbereitschaft, sowohl des westlichen als auch des östlichen Blocks geprägt. So begünstigten am Ende dieses Jahrzehnts einige internationale politische Entwicklungen die Wiederaufnahme der diplomatischen Gespräche. Zu diesen begünstigenden Faktoren werden vor allem gezählt, dass die Sowjetunion mit dem Einmarsch in die CSSR 1968 den eigenen Staatenblock stabilisieren konnte, die Zuspitzung des chinesisch-sovjetischen Konflikts durch die sowjetische Truppenverlegung an die chinesische Grenze sowie der sowjetische Bedarf an westlicher Technologie und der Import entsprechender Technik zur Modernisierung der eigenen Volkswirtschaft. Vor diesen Hintergründen bildete sich die weithin so bezeichnete neue Ostpolitik heraus. Bereits im Juli 1963 plädierten Egon Bahr und Willy Brandt auf Vorträgen in der Evangelischen Akademie Tuzing für einen Wandel durch Annäherung. Das neue Entspannungskonzept bildete sich im Kabinett von Bundeskanzler Willy Brandt heraus. Das Besondere an diesem politischen Konzept war, dass nicht nur kurzfristig oder mittelfristig ein spezifischer Konsens ins Blickfeld genommen wurde, sondern eine langfristige Annäherung, wenn nicht sogar eine Konvergenz der Gesellschaftssysteme von Ost und West angestrebt wurde. Politisches Instrument dieser Politik war die Konzentration auf gemeinsame Interessen, weshalb insbesondere die globale Friedenssicherung, allgemeine humanitäre Erleichterungen und die Möglichkeit der beidseitigen Akzeptanz des territorialen und machtpolitischen Status quo im Hinblick auf die Konferenzergebnisse von Jolta als ein mehr oder weniger legitimes Faktum in den Fokus beider Konfliktparteien geriet. Auf der Grundlage des neuen gemeinsamen politischen Konzepts wurden zahlreiche Maßnahmen geplant, wie vor allem die Fortführung von Gesprächen, die Überwindung der deutschen Teilung und die Entwicklung einer gesamteuropäischen Friedensordnung. Gegen Ende 1969 wurden diese Ideen konkret, indem die DDR zwar nicht völkerrechtlich, aber staatsrechtlich als einer der zwei Staaten in Deutschland im Sinne einer gemeinsamen Nation anerkannt wurde. Der ehemals westdeutsche Alleinvertretungsanspruch für alle Deutschen, der die Bevölkerung in der DDR bis dahin mit ein Schloss aufgegeben wurde, die DDR in die Entspannungspolitik bewusst mit einbezogen wurde. Die vom Ostblock geforderte Gesamteuropäische Sicherheitskonferenz auch von westlicher Seite als ein positives politisches Instrument betrachtet und angenommen wurde. Der Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet und ein Kurswechsel in Richtung atomarer und konventioneller Abrüstungspolitik eingeleitet wurde. Die verhandelten politischen Grundsatzentscheidungen wurden dementsprechend gegen Ende 1970 im Moskauer Vertrag und im Warschauer Vertrag festgehalten. Zunächst wurde die neue Ostpolitik skeptisch beäugt, vor allem von der CDU-CSU, die in der Politik einen Gegensatz zu der von Adenauer geförderten Westernbindung und Integration sah. Die damalige Opposition bekämpfte daraufhin die Vertragspolitik der Regierungskoalition aus SPD und FDP mit der Begründung, Leistung und Gegenleistung seien nicht ausgewogen. Später betrachteten alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien die abgeschlossenen Verträge als Grundlage ihrer Deutschland- und Ostpolitik. Weitere bilaterale Konkretisierungen der neuen Ostpolitik zeichneten sich in den Jahren 1971 bis 1973 nach dem symbolischen, aber noch ergebnislosen Erfurter Gipfeltreffen 1970 zunächst bezüglich der innerdeutschen Beziehungen ab. Nach dem politischen Sturz von Walter Ulbricht, dem Staatsratsvorsitzenden der DDR, wurde am 3. September 1971 das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin geschlossen. Somit wurden von Seiten der DDR und der Sowjetunion erstmals seit 1945 der ungehinderte Transitverkehr von bundesdeutschen Bürgern auf der Straße, der Schiene und auf dem Wasserweg nach Berlin sowie die bestehenden Verbindungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Berlin garantiert. Es folgten eine Reihe weiterer Ostverträge wie Z.B. Ende 1972 der Grundlagenvertrag, in dem das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR neu festgelegt wurde, und Ende 1973 der Deutsch-Tschechoslowakische Vertrag, mit dem sich die Vertragspartner auf die Nichtigkeit des überholten Münchner Abkommens von 1938 über die Abtretung des Sudetenlandes einigten. Die Verhandlungen im Zuge des Vier-Mächte-Abkommens hatten die Deutschen in Ost und West ermutigt, das Verhältnis zwischen beiden Teilen Deutschlands zu entspannen. Auf der Grundlage dieser allgemeinen positiven Erfahrungen konnte die Entspannungspolitik, wie geplant, fortgesetzt werden. Dies änderte jedoch nichts daran, dass die innerdeutsche Grenze, insbesondere die Berliner Mauer, weiter ausgebaut und perfektioniert wurde. Der DDR-Schießbefehl blieb ebenso bestehen, und auch weiterhin wurden Mauer-Tote durch die Stasi vertuscht, um eine politische Eskalation zu vermeiden. Nach der Bilateralen folgte eine multilaterale Phase, die ihren Ausdruck insbesondere in den MBFR-Verhandlungen und in den KSZT-Konferenzen fand. Gleichzeitig fand mit dem Wechsel der sozialliberalen Koalition von Willy Brandt und Walter Scheel zum neuen Kabinett mit Helmut Schmidt und Hans-Dietrich Genscher die mit der bilateralen Phase der Ostpolitik verbunden gewesene politische Euphorie ihren vorläufigen Ausgang. Ostverträge Ein Überblick Die in den Ostverträgen festgelegten Grundsätze lehnen sich an das Völkerrecht an. Aufgrund der in diesen Verträgen enthaltenen Vereinbarungen auf gegenseitigen Gewaltverzicht werden sie auch mitunter als Gewaltverzichtsverträge bezeichnet. Moskauer Vertrag am 12. August 1970 Warschauer Vertrag am 7. Dezember 1970 Viermächteabkommen am 3. September 1971 Protokoll über den Post- und Fernmeldeverkehr am 30. September 1971 Transitabkommen am 17. Dezember 1971 Vertrag über den Reise- und Besucherverkehr am 20. Dezember 1971 Verkehrsvertrag 26 Mai 1972 Grundlagenvertrag am 21. Dezember 1972 Pragervertrag am 11. Dezember 1973 Das Bundesverfassungsgericht wies Beschwerden, die eine Verletzung der Grundgesetz Artikel 6, 14 und 16 durch die Zustimmungsgesetze zu den Ostverträgen rügten, als unzulässig zurück. Die Bundesrepublik Deutschland trat ebenso wie die Deutsche Demokratische Republik am 18. September 1973 als 133 und 134 Mitgliedstaat den Vereinten Nationen bei. Mit ihrer Auflösung aufgrund des Beitritts zur Bundesrepublik endete die UN-Mitgliedschaft der DDR zum 3. Oktober 1990 Deutsche Wiedervereinigung Nach dem Zusammenbruch und der Auflösung der DDR sowie dem Ende des Kalten Krieges wurde mit der Arbeit an einem Konzept zum Aufbau Ost begonnen. Mit diesem politischen Projekt ist seitdem das Ziel verbunden, in den neuen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland ein selbsttragendes wirtschaftliches Wachstum zu erreichen, um die Transferabhängigkeit zu reduzieren und die hohe Arbeitslosigkeit abzubauen. Er soll als abgeschlossen gelten, wenn die Lebensbedingungen in Ostdeutschland auf Westniveau gestiegen sind. Mit ihm sollen die Ergebnisse der deutschen Teilung überwunden und die Folgen der deutschen Einheit aufgefangen werden. Allerdings wurde in dem mit diesen politischen Entwicklungen einhergehenden Diskurs der Begriff Ostpolitik in den nachfolgenden Jahren kaum noch verwendet, da sich die politischen Leistungen auf das gesamte Bundesgebiet beziehen. Inoffizielle Amtsbezeichnungen wie vor allem der Begriff Aufbau Ostminister werden indessen noch in der Gegenwart verwendet. Wirkungsgeschichte Im Laufe der neuen Ostpolitik, die mit dem Erfurter Gipfeltreffen 1970 symbolträchtig begann, wurde die Halstein-Doktrin, die bis dahin in der Außenpolitik galt, aufgegeben. Die Bundesrepublik bleibt nach wie vor völkerrechtlich identisch mit dem Deutschen Reich und ist somit kein Rechtsnachfolger, ebenso die Ansicht bundesdeutscher Staatsorgane, dass nur durch die Bundesrepublik die staatsrechtliche Kontinuität erhalten bleibt bzw. fortgeführt wird. Die DDR wird zwar nun staatsrechtlich anerkannt, bleibt jedoch auch zukünftig aus Sicht der Bundesrepublik immer noch ein Teil Deutschlands und ist somit völkerrechtlich kein eigener neuer deutscher Staat. Der Begriff Ostpolitik fand auch als deutsches Lehnwort Eingang in zahlreiche andere Sprachen. In Südkorea benutzte der Präsident Rothaewu den deutschen Begriff Nordpolitik, um seine neue Politik gegenüber Nordkorea zu bezeichnen. Siehe auch, Besuch Erich Honeckers in der Bundesrepublik Deutschland 1987